Welches Wappen gehört zum Freistaat, Bayern? Bild 2 Welches ist ein Landkreis, in Bayern? Altöting Für wie viele Jahre wird der Landtag in Bayern gewählt? 5 Ab welchem Alter darf man in Bayern bei Kommunalwahlen wählen? 18 Welche Farben hat die Landesflagge von Bayern? Weiß-Blau Wo können Sie sich, in Bayern, über politische Themen informieren? Bei der Landeszentrale für politische Bildung. Die Landeshauptstadt von Bayern heißt München Welches Bundesland ist Bayern? Bayern 4 Wie nennt man, die Regierungschefin, den Regierungschef, in Bayern? Ministerpräsidentin, Ministerpräsident Welche Ministerin, welchen Minister, hat Bayern nicht? Außenministerin, Außenminister 3 4 6 5 7 8 8 9 10 10 15 14 15 16 17